Hallo zusammen, ich mache nochmal ein anderes Video, dieses Mal auf Speechelo und hören wir auf. Hallo, ich bin Lina. Dies ist Speechelo. Und Speechelo ist ein Text-to-Speech-Software. Das hilft, so einen ganz normalen Text in die Stimme zu bekommen und haben wir auch hier die Möglichkeit, so auf Deutsch zu machen. Die Sache hier mit Speechelo, haben wir unterschiedliche Stimmen, aber diese finde ich sehr robotisch, außer die künstliche Intelligenzstimme, konnten wir hier aufhören. So, ich kopiere einen einfacher Text, besser als mein Deutsch, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Nochmal, ich habe mein Deutsch-Englisch-Video. Hören wir. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit drei Jahren in Deutschland. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit drei Jahren in Deutschland. Mein Name ist Anna. Ich komme aus Österreich und lebe seit drei Jahren in Deutschland. Und, ja, Lina ist die beste Stimme, besser als meine Stimme. Und, ja, die Sache hier mit Speechelo konnten wir, mit dem Pro-Plan, konnten wir auf bis 20.000 Charakters zu haben, in einmal, wenn wir mehr wollen, dann konnten wir nochmal einen Text haben. So, das ist kein Problem. So, ich empfehle ja natürlich Speechelo Pro, wegen dieses Limits. Oder, wenn wir brauchen eine Übersetzung oder einen YouTube Captions, zum Text-to-Speech machen, dann sollen oder müssen wir die Worldwide, aber ich, das ist ganz ehrlich, ich empfehle nicht sehr viel. Aber, wenn du brauchst, das ist auch hier die Möglichkeit. Konnten wir hier auch hier die unterschiedliche Campaigns zu erstellen oder für eine bessere Ordnung. und auch, ja, wenn wir brauchen andere Stimmen, konnten wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Französisch, Englisch, Chinesisch, Arabisch oder Spanisch. So, dies ist eine gute, sehr gute Sache von Speechelo. Und, ja, ich empfehle Speechelo. Konnten wir hier sehr einfach zu benutzen. Wenn wir brauchen mehr Pause, sollen wir hier zum Beispiel eine Komma oder machen wir andere Änderungen in den Text. So, dies war ein sehr gutes Video, aber Spichelo. Ich hoffe, dass dieses Video hat ihr geholfen. Wenn wir, wenn ihr Fragen habt, wenn das Video gut ist, bitte ein Like oder ein Kommentar. Danke für's sehen. Danke. 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 Danke.